wir machen weiter mit den karo trümpfen die rechtlichen die letzte quest hier und dann ziehen wir mal weiter ausgesetzt wir kriegen mal diese karten öfters es schaut das nicht danach aus ich gerade das problem mich schon wieder nicht naja na toll so zumindest die 20 prozent erreicht post hoch jetzt kommen ist doch lächerlich die spawnen gar nicht jetzt brauchen die trocken die karten nicht na also eine mal zumindest so eine stunde kriegt krieg muss zusammen so viel zeit muss sein oh man viel zu selten die karten schon wieder nicht schon wieder nicht schön ja ja Dropped, mehr. Zack, zack, jetzt. Wären die Achhörner nicht im Weg, dann wäre es ja kein Ding. Dann wären mehr von den Karotrümpfen da. Aber nein. Mehr nicht. Ich wüsste echt nicht, wo noch mehr von denen sein könnten. Na komm. Toll. Okay, 13. Das geht noch besser. Jawohl. Super. Wow, das war One-Hit. Ich hasse das, die sind so viele von den Achhörnern. Okay. Okay. 15. Noch 5. Jawohl. Nur noch 4. So, die hinter mir ignoriere ich. Nur noch 2 Tränke. Lebenssteine. Müssen wir sparsam sein. Da müssen wir sparsam sein. Entschuldigung. Äh. Mein Fernseher war noch an. Ich habe vergessen auszumachen. 3 noch. Geht er jetzt doch voran. So, alle Buffs weg. Müssen wir ohne auskommen. Zumindest für die Quest. Jawohl. Hier noch 2. 2. 2. 2. Das war nix. Das war nix. Und noch 1. Boah. Gott sei Dank. Ging ja doch schnell. Ich habe mir vorausgesetzt, wir kriegen den Netsch noch. Doch noch mal dahinten. Fast Trankverschwendung. Und das Böden-Debuff. Und das Böden-Debuff. Jawohl. The last. So. Super. Super. Okay. Kurz hier raus. Richtung Uruga. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Vielleicht geht man auch schon ab. Oh, guck mal. Ich habe ein Mitglied. Sehe ich hier gerade. Einen neuen. Richie. Sehr schön. So. Kurz Trink her auffüllen. Was hängt denn das hier jetzt schon wieder? So. Was hängt denn das hier jetzt schon wieder? So. Höhlenmaubpflanzen. Eigentlich nur die Höhlenmaubpflanzen. Eigentlich kann man, komm, gib mal ab. Mach mal jetzt. Boah, was ist denn los? Irgendwas laufen. Hm. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, der debuff nervt mich, der zieht voll viel ab. 200 ist schon eine Zahl, ne? So, danach Elde. Ich glaube, für den Level abreicht es nicht. Nee, nee. Das reicht nicht. So. Und wie lang noch? Eine Minute. Viel Gold. Naja. So, 50%. Thermo? Wir kriegen keine neuen Quests. Okay. Fast keine. Boah, was blühten. Ei, 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 ei. Ich hab gedacht, das sind wir hinter uns. So. 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 Jetzt. Ja, hallo, weiter. Hä? Warum kann ich die jetzt nicht annehmen? Okay, vielleicht erst mal raus und dann noch mal rein. Beziehungsweise ich gehe erst mal kurz nach Ruman kurz. Und dann nochmal zum Brun. Vielleicht geht's dann. Na, guck, da haben wir noch das Problem gefunden. Okay, kurzer Cut. So. Ich muss noch mal. Irgendwie ist heute Wurm drin. Nee, geht immer noch nicht. Jetzt ist es trotzdem Reset. Guck mal, da ist einer. Richie. Spoh. Spoh. Schreck. 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 So, noch. Jetzt haben wir nix mehr, ne? Nope. Oh Gott. Das da. Das da. Inkubus. Ich so glaube. Glänzend. Konserviertes Siegel. Verkauft gerade einer Blüten. Zufällig. Nope. Okay, jetzt probieren wir nochmal die Elde Quest. Beim Frauen, das müsste halt doch gehen. Verborgener Gefängnis. Hm. Komisch. Das ist komisch. Oh. Weiter. Flüht, klingt's. Runtersteigen. Hm. Hm. Wollen wir die Quest nicht annehmen? Komisch. Das war's. Oh, ja. Ich hab's imieserloch.